Leute, willkommen zum nächsten Fotobattle. Immer noch dieselben Regeln. Zwei Fotografen, ein Model, jeder hat fünf Minuten Zeit an der vorgegebenen Location. Und das ist unsere heutige Fotografin. Hi, ich bin Lina aus Kauterborn, bin 25 Jahre alt und Fotografin seit 2015, also fast drei Jahren. Ich bin eigentlich gelernte Grafikerin und eher zufällig ans Fotografieren gekommen. Genau, ja. Also was ich super finde an der Fotografie ist, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Also ich bin reiner People-Fotograf, ich liebe das, die Herausforderung, verschiedene Menschen zu fotografieren. Deswegen freue ich mich auch besonders auf heute. Und ihr wisst, ich bin kein Landschaftsfotograf, Lina ist kein Landschaftsfotograf, also fehlt nur noch das Model. Hallo, ich bin Tina, ich komme aus dem KS Höxter, model seit ungefähr anderthalb Jahren und das auch nur hobbymäßig. Zum Modeln bin ich gekommen, weil ich eine Ausschreibung bei Facebook gesehen habe und dadurch habe ich das Interesse da entwickelt und es wird immer mehr und es macht mir immer noch sehr Spaß. Ich erwarte von dem heutigen Fotobattle auf jeden Fall viel Spaß mit den beiden und ich bin mal gespannt, wer gewinnt, weil ich glaube, das wird ein hartes Rennen. Kurz zum Equipment. Bei dem heutigen Fotobattle hat Lina ihre Nikon D750 mit und ich meine Canon 5D Mark II wie immer eigentlich. Und wir beide benutzen in dieser Folge, in der ganzen Folge, alle drei Locations benutzen wir das Sigma Art 35mm 1.4. Auch für mich nochmal eine Challenge, einfach egal wo, an welcher Location beim 35mm zu bleiben. Vielleicht auch eine Challenge an euch. Bleibt bei dem Objektiv, welches ihr eingepackt habt, damit ihr einfach nicht immer zu viel mitschleppt. Ich habe mal wieder genug geredet. Ich würde sagen, let the battle begin. Ja, Lina, bist du ready? Ja. Ja, okay. Wer von uns beiden jetzt anfängt, das entscheiden wir mal wieder durch Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hoffe, du bist bereit. Ich habe von Kevin einiges übernommen, mir eine neue Strategie ausgelegt. Okay. Es geht los. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Phil! Die Strategie war für den Arsch. Ich habe zwei Wochen geübt, ey. Und sie macht mich einfach fertig. Dein Model, deine fünf Minuten und deine erste Location hier. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Let's rock it oder so. Oder so. Ja, Lina. Tina, ich wünsche dir viel Spaß beim Fotobattle bei der Round 1. Tina, deine fünf Minuten. Hast du Angst? Du hast Lina. Du hast Tina gestern. Ja, Lina und Tina. Wie soll man sich das machen? Nächstes Mal bei der Ausschreibung achte ich auf sowas. Lina, deine fünf Minuten, aber du hast auch halt, Tina, nur fünf Minuten. Laufen. Hast du Angst? Bisschen? Ja. Zurecht? Zurecht? Wir laufen jetzt. Los. Stell erst mal eine Mitte. Sehr gut. Jetzt kommt mal ein bisschen. Komm mal ein bisschen auf mich zu. Geh mal ein Stückchen weiter. Setz dich mal auf die Treppe. Noch eine Stufe höher, wäre geil. Sehr gut. Ich bleib genauso. Guck mal ein bisschen in die Richtung. Lass uns noch mal da hochgehen. Ich wollte so in einem Gang noch machen. Oder nee, erst mal hier zwischen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie geht's dir? Amn? Musik 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 Ja, ich bin ja schon fast fertig! Musik Musik Sehr gut, Tina! Ich geh nochmal an die Tür und lehn dich da dran. Musik Ein bisschen weiter in die Ecke, ein bisschen seitlich. Ne, in diese Richtung, genau. Musik Ich lehne dich nochmal mit dem einen Arm ein bisschen hoch. Ja. Und jetzt gucken wir nicht in die Kamera. Ich fahre mal in die Richtung. Ja, ich bin fertig. Eine Minute hättest du noch? Ja, brauche ich nicht. Ja, super. Cool, die Location war toll hier. Ich freue mich schon, wenn ich jetzt dran bin. Wie war's so? Gut. Also ich meine, Tina ist super. Brauchst du nicht viel sagen. Das ist echt gut. Doch, aber ich finde die Location echt gut. Vor allen Dingen jetzt passt das auch ganz gut. Mit den Rottönen. Fand ich auch so. Voll super. Guter Aufbau für die erste Location. Aber jetzt bin ich gequatscht. Ich will auch fotografieren. Yeah! Ja, ich denke, ich habe jetzt ganz gut vorgelegt. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen nervös gemacht. Ein bisschen? Ich benutze einfach alle Location, die du hattest. Du musst mir gleich zeigen, wo das war. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit, wie immer. Dann geht's jetzt los. Doch, Mann, sie macht ernst. Okay. Gut. Wir setzen uns nicht direkt auf die Treffen, aber das hast du, glaube ich, auch nicht getan. Wir stellen uns erstmal hier, und kommen wir weiter vor. Genau. Super. Einstellung ganz kurz. Die Zeit habe ich. Ganz schnell. 6.400. Blende 1.4. ISO 100. Boah, super, Tina. Boah, das wäre eine coole Bilder. Ich gucke einmal ganz kurz. Mega. Habe ich auch noch nie gemacht, aber das mache ich jetzt einfach mal. Das ist ja ein Fotobattle hier und kein Ponybattle. Die eine Strinne finde ich eigentlich cool, aber wäre cool, wenn sie auch mal hinten bleibt. Super schöne Haare, ey. Und dieses tolles Blond, ey. das ist ja alles. Kannst du dich auch einmal vielleicht fast nicht so hinhocken? Ich weiß nicht. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, genau. Genau. Wow, super. Guck mal weiter nach da. Super, Tina. Vielen, vielen Dank. Wir gehen mal auf die Treppen. Die Treppen überspringen hier. Stell dich mal hier so rein. Seite? Ja, genau so. Ja, super. Guck mal rüber zu der Wand. Guck mal beide Beine runter, bitte. Ja, super. Kannst du über Kreuzen machen, die beiden. Okay, guck mal. Die Tür würde ich auch trotzdem gerne mal wegen dem Rohr. Stell dich mal mittig zur Tür hin. Super, cool. Ich bleib mal hier. Du kannst dich gerne mal so ein bisschen bewegen. Von der Ecke schwer. Also so ein bisschen. Ali vermasselt mir das Bild, weil er wieder spielt. Ja, alles gut. Und Tina auch. Danke. Kannst du mal da so die Ecke auch immer rein. In die Ecke. Genau. Sehr cool. Ja, ja, bleib mal so. Bleib mal so. Ja, super. Stell dich noch mal frontal so zu mir jetzt. Bleib da so. Ja, genau. Okay, ich habe ein bisschen Zeit noch, aber ich überlege noch ganz kurz. Setz dich mal da vorne noch mal hin, Tina. Stell dich mal hin, schnell. Auf die 13 Sekunden noch. Okay. Super. Gerne mal seitlich, gerne mal seitlich. Ja, super. Wow, super. Perfekt, perfekt. Ah! Oh, geil. Ja. Das sieht auch mega cool aus. Super, ich bin super happy. Ah, kalt, ne? Ja. Wir machen gleich die Abmoderation. Wir ziehen Tina was an und dann... Ja, Leute, das war es auch schon von Round One. Mir hat super viel Spaß gemacht und so wie es ausgesehen hat. Hat es euch auch super viel Spaß gemacht? Ja. Cool. Ihr könnt jetzt entscheiden über dieses kleine I hier oben, welches Bild ihr besser findet. Die werden gleich eingeblendet. Und wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt gegen mich anzutreten in einem Fotobattle, dann schreibt mir eine Bewerbung an info-at-vitografie.com Und wenn ihr ein Model seid und auch Bock habt mitzumachen, dann schreibt auch genau an die gleiche E-Mail-Adresse. Sonst habe ich zu viele E-Mail-Adressen. Und ja, das war es auch schon. Vergesst nicht zu voten. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, fight! BIN! 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 Untertitelung des ZDF, 2020